Okay, Freunde, seid ihr bereit? Für die Mission? Ich schon. Warte, ich guck kurz, ob ich aufnehme. Ja. Video nimmt auf. Ton auch. Sehr gut. Geh ich wieder zurück. So. Ah, sind wir wieder im Spiel. Und ich denke, wir fangen mit der Mission an in Sequenz 7. Die erste. Was ist das denn? Grazie. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucrezias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verrät sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Das Leck stopfen. Die Angreife eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach laupe gleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Das ist 5 Quadrate der Gesundheitsansicht überhalten. Okay, komm, 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 go, go, go. Ich dachte, hier könnte man irgendwas machen. Naja, egal. Gehen wir raus. Ich bin nur zu Besuch. Scheiße, großer Abverkauf. Kommt und seht. Mein Weif, wo ist der Himmel? Ja, passt ihn. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte Gott, lass mich leben. Ich weiß mir die Augen aus, dann. Ich sehe ihn. Schnell. Schön, dass ich hingeworfen werde. Ich folge laupe zu den Dieben. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Ah, das glaube ich nicht. Machiavelli könnte sowas niemals tun. So wird er ein zu großes Herz für die Assassinen. Das fiel zu schnell, mein Freund. Moment. Die geile Mucke im Hintergrund, Alter. Ist ja richtig geil. Ach komm, der Wolpe. Machiavelli würde sowas niemals tun. Machiavelli würde sowas niemals tun. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Andiamo. Micheletto. Der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Dartmouth. Mit. Ähm. Feinhalb. Wie bitte? Gut. Okay, ich folge euch. Komm nachher. Euer Ende naht. Euer Ende naht, genau. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Okay. Okay. Ich muss kurz mal heilen. Ja, muss jeder mal. Ich muss kurz mal heilen. Ich muss kurz mal heilen. Ich muss kurz mal heilen. Ich folge die La Volpe. Interessant, da ist also Cesare auch was gegen Pietro. Das ist nur, weil er was mit Lucrezia angefangen hat. Ruhig, ruhig. Ruhig! Wir sind doch nicht... Lass du, wo du hinrennst! Sie lassen Kinder Männerarbeit verrichten! Ruhig! Wir sind doch nicht. Ich muss nach Hause werden. Habt ihr Angst? Oh Mist! Kürze! Kürze! Tart! So. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So erstmal das Aquaduct ein bisschen reparieren. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bestimmt mit Wort. Er wird sich noch etwas brechen. So, synchronisieren. Oh no. Aber es war ja noch in Ordnung. Was ist denn hier drin? Elfenbein und... Samt. Was soll das, Scott? Noch ein kosmischer Witz? Warum ich? Warum denn kosmisch? Ich will schmieden, muss ich denn noch machen. Zwei. Zwei schmieden. Okay. Antikur zu 75% renoviert. Renoviert. Gerade auch den Arz hier, den Dottorer. 13.15. Machen wir noch, machen wir noch die Mission.